hallo leute ich bin der kirk und spiele max of the magic maker fangen wir gleich an wie versprochen das ist der achte part dementsprechend die zweite welt ok auf geht's ich gerade gesehen habe zwei kugeln 5 schwarze kugeln brauchen wir für diesen level und 62 glühbirnen ok 62 glühbirnen auf geht's der erste klappt heute alles sogar geiler trick machen wir gleich mal hier weiter ja 5 sind es in diesem level 5 schwarze kugeln ich finde auch immer diese schiffe ganz witzig klappt ach du gott wird das was die zweite alles klar ich hoffe wir sollen irgendwas zum schieben bringen entschieden wir mal das floß an den gleichen trick noch mal na na ja klappt doch hier schön sind auch die landschaften landschaften hat mir gefallen ok so es hat mir wieder die fabel cloud na los na los komm sei lieb aber jetzt aber hier hat es nur geld ja will ich nicht ich habe mir wieder ein käfig gebaut wie geil ist das denn sooo ähm oh 62 also gut na krieg ich die noch hin gerade so unten lang ach du gott schnell max da hat es aber noch mal Glück hier gleich mal ruf und lauf alles klar die nächste schwarze die die redi 42 das ist ja cool ich glaube ich weiß schon was man machen soll wir müssen den topf was ist das bestimmt hochheben so dann bauen wir unsere Trebi mehr oder weniger ob das eine Treppe ist haben wir alle fünf und auf geht's zum nächsten oh na los komm sei lieb nein 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 ich wollte doch alle haben na gut scheint so als hätte ich es diesmal nicht hingekriegt viel spaß beim zugucken bei sagte coke und wir sehen uns beim nächsten mal bis denn rein gehauen ich nehme das mit das mit des mit des mit